Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, es ist jetzt 12.17 Uhr und hier fliegt einer, hier fliegt einer, hier fliegt einer. Also das heißt, es sind derzeit fünf Stück in der Luft. Ich hole mir nur die Spiegelung hier, die schaut ganz witzig aus. Ja, man kann auch die interessanten Dinge sich herbeiholen. Ja, welchen nehmen wir heraus? Alle drei werde ich nicht schaffen, aber ich würde sagen, der drei ist am ehesten auf unserer Liste. Tja, da haben wir wieder das Thema der Scharfstellung. Probieren wir es beim linksäußersten, der fliegt uns zwar weg, aber wir sind schneller. Ja, naja, das ist der Massive. Das ist interessant, das ist der zweite Massive, der hier in diese Richtung von rechts nach links fliegt. Also das heißt, er sprüht das Hauptmuster und die anderen sprühen dann offensichtlich die Querschichten. Und wir sehen genau jene Ausflockungsarten, die wir seit Jahren immer wieder beobachten können. Es ist immer wieder dasselbe. Ja, ja, komisch, gell? Wie der Wasserdampf doch merkwürdig zu sehen ist. Aber wo es Leute gibt, die CO2 sehen, verwundert uns eigentlich nichts mehr. Ende. Danke. Tschüss. Danke.